Ja, so. Herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist David Werdermann. Ich bin Rechtsanwalt und Verfahrenskoordinator bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und wir haben letzte Woche ein wegweisendes Urteil zum Verfassungsschutzrecht bekommen, vom Bundesverfassungsgericht erstritten. Und das würde ich heute gerne vorstellen. Vielleicht einleitend ein paar Worte zur GFF. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte ist eine NGO mit Sitz hier in Berlin. Und wir machen strategische Prozessführung im Bereich der Grund- und Menschenrechte. Schwerpunkt tatsächlich so, zumindest historisch, im Bereich digitale Grundrechte, viel im Bereich Überwachung, Polizeirecht, Nachrichtendienste, aber auch inzwischen viele andere Bereiche, Versammlungsrecht, Antidiskriminierung, soziale Grundrechte. Das sind alles Themen, die wir bearbeiten. Und unser Ansatz ist strategische Prozessführung. Heißt, wir versuchen, spezifische Fälle auszuwählen, die über den Einzelfall hinaus dann auch eine Wirkung entfalten. Und oft sind das dann solche Fälle, wo wir auch sagen, das zugrunde liegende Gesetz ist eigentlich schon verfassungswidrig. Und das Ziel ist es dann, diese Gesetze vor das Bundesverfassungsgericht zu bringen, um halt diese Gesetze letztendlich rechtsstaatlich und grundrechtlich zurechtzustutzen. Oft ist es gar nicht so, dass die dann komplett irgendwie für verfassungswidrig erklärt werden. Aber das Bundesverfassungsgericht guckt sich dann diese Gesetze sehr genau an und erklärt dann oft diese Gesetze in Teilen für verfassungswidrig. Hier ein Beispiel, das BKA-Gesetz 2016. Grundlegende Entscheidung zum Polizeirecht. Wir haben dann 2020, glaube ich, dann eine ähnliche grundlegende Entscheidung zur Auslandsaufklärung durch den Bundesnachrichtendienst, also den Auslandsgeheimdienst, erstritten. Und jetzt eben letztendlich die Grundentscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Verfassungsschutzrecht, also zum Inlandsgeheimdienst. Genau, das ist unsere Delegation gewesen beim Bundesverfassungsgericht. Die Verhandlung war Ende letzten Jahres. Und wir haben halt das Bayerische Verfassungsschutzgesetz sehr grundlegend angegriffen, weil in Bayern eine grundlegende Reform 2016 stattgefunden hat. Politischer Hintergrund des Verfahrens ist allerdings, dass wir es mit zwei Entwicklungen zu tun haben, im Polizei- und im Geheimdienstrecht, die sehr besorgniserregend sind. Zum einen haben wir eine Verpolizeilichung der Geheimdienste und zum anderen haben wir eine Vergeheimdienstlichung der Polizei. Die Polizei, muss man dazu erstmal sagen, ist erstmal ja zuständig für die Abwehr von konkreten Gefahren. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel vorhat, eine Straftat zu begehen, dann kann die Polizei dagegen einschreiten, kann irgendwie einen Platzverweis erteilen, beispielsweise. Die Polizei kann auch eine Person in präventiv Gewahrsam nehmen, unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit natürlich. Also die Polizei hat auch tatsächlich dann zur Abwehr dieser Gefahren operative Befugnisse, kann physischen Zwang im Zweifel einsetzen. Genau. Und zunehmend ist aber die Polizei auch befugt, also durch verschiedene Gesetzesänderungen in den Ländern und auf Bundesebene, sehr eingriffsintensive Überwachungsmaßnahmen vorzunehmen, wie zum Beispiel die Telekommunikationsüberwachung, Online-Durchsuchung, Wohnraumüberwachung, also solche Maßnahmen, die historisch eher den Nachrichtendiensten zugeschrieben wurden. Das heißt, und was zusätzlich noch hinzukommt, ist, dass die Polizei sich zunehmend von dem Begriff der konkreten Gefahr löst und auch versucht, im Vorfeld einer konkreten Gefahr tätig zu werden. Stichwort ist da die sogenannte drohende Gefahr, die da teilweise bemüht wird, um den Polizeien auch schon im Vorfeld einer konkreten Gefahr sehr weitreichende Überwachungsbefugnisse zu geben. Also das ist sozusagen dieser Trend, dass die Polizei zunehmend im Vorfeld von konkreten Gefahren sehr quasi nachrichtendienstliche Mittel verwenden kann. Und auf der anderen Seite haben wir halt eine Polizeilichung auch der Nachrichtendienste. Der Verfassungsschutz ist eigentlich zuständig, um Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung aufzuklären und dient eigentlich in erster Linie so der Information der Regierung. Und zunehmend wird zumindest von den Befürwortern oder von Vertretern von Seiten der Geheimdienste dann auch irgendwie gesagt, wir müssen auch im Bereich der Terrorabwehr tätig werden. Also zumindest in der politischen Diskussion spielt das dann eine zunehmende Rolle. Und wenn man halt terroristische Anschläge abwehren will, dann muss man letztendlich natürlich auch operativ tätig werden. Das darf aber der Nachrichtendienst nicht. Also er hat keine operativen Befugnisse. Er darf nicht Terroristinnen oder Terroristen festnehmen oder irgendwelche physischen Zwang gegen die einsetzen. Was er allerdings darf und was auch zunehmend ausgeweitet wurde, ist Daten übermitteln. Und dadurch wird natürlich dann das Trennungsgebot letztendlich ausgehebelt, wenn die Nachrichtendiensten unter eher niedrigen Voraussetzungen sehr umfangreich Daten erheben können, die dann aber ohne weiteres oder ohne größere Hürden an die Polizei beispielsweise weitergeben dürfen. Dann ist das sehr gefährlich, weil diese umfangreichen Befugnisse des Geheimdienstes werden immer damit gerechtfertigt, dass sie halt keine operativen Befugnisse haben. Und das wird letztendlich unterlaufen, wenn sie dann diese Nachrichten ohne größere Hürden an Behörden weitergeben können, die dann auch operative Befugnisse haben. Genau, das Bayerische Verfassungsschutzgesetz wurde grundlegend reformiert im Jahr 2016 und unter anderem wurden diese Maßnahmen eingeführt oder Befugnisse eingeführt. Der Bayerische Verfassungsschutz darf Wohnräume überwachen, Online-Durchsuchungen durchführen, darf Mobilfunkendgeräte orten, also faktisch auch damit Bewegungsprofile erstellen, darf zumindest nach dem Gesetz, nach dem Bayerischen Gesetz aus der Vorratsdatenspeicherung Daten abfragen, verdeckte Ermittlerinnen und verdeckte Ermittlereinsätze einsetzen, das heißt also Polizeibeamte, die sich in bestimmte Gruppierungen einsteusen oder V-Leute, das sind Personen, die jetzt nicht selbst Polizeibeamte sind, aber Informationen an den Verfassungsschutz in diesem Fall weitergeben, Observationen außerhalb der Wohnungen und schließlich, da habe ich gerade schon von gesprochen, darf es halt auch unter relativ niedrigen Voraussetzungen im Bayerischen Verfassungsschutzgesetz diese Daten dann, mit diesen Methoden erhoben werden, an andere Behörden weitergeben, insbesondere an die Polizei, an Strafverfolgungsbehörden, an andere öffentliche und private Stellen und sogar ins Ausland, das alles ist im Bayerischen Verfassungsschutzgesetz geregelt worden 2016 und deswegen haben wir das dann zum Anlass genommen, das relativ umfangreich anzugreifen und vor das Bundesverfassungsgericht zu bringen. Das haben wir bekommen hier, das ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, sind so irgendwie 150 Seiten oder sowas, ich will das jetzt nicht alles im Detail vorstellen, dafür ist die Zeit zu knapp, aber es gibt zum Glück am Anfang der Entscheidung die Leitsätze, da werden sozusagen die Kernaussagen nochmal vom Gericht praktischerweise selbst zusammengefasst und die möchte ich zumindest auszugsweise jetzt vorstellen und dann auch noch kurz schildern, was die Schlussfolgerungen daraus sind. Genau, also die Kernaussage ist direkt im ersten Leitsatz festgehalten, dort heißt es einmal, dass Verfassungsschutzbehörden nach geltendem Recht spezifische Aufgaben der Beobachtung und Vorfeldaufklärung wahrnehmen und dabei nicht wie Polizeibehörden über operative Anschlussbefugnisse zu verfügen, rechtfertigt es grundsätzlich, Überwachungsbefugnisse einer Verfassungsschutzbehörde an modifizierte Eingriffsschwellen zu binden. Also das ist das, was ich gerade gesagt hatte, diese konkrete Gefahr für bestimmte Rechtsgüter, die man im Polizeirecht braucht, die sind dann zumindest grundsätzlich erstmal nicht erforderlich bei Verfassungsschutzämtern, aber dann die zweite Aussage, dann muss aber eine Übermittlung der daraus erlangten personenbezogenen Daten und Informationen strengen Voraussetzungen unterliegen. Also diese beiden Punkte, was sind denn jetzt diese modifizierten Eingriffsschwellen für diese Überwachungsmaßnahmen einerseits und was sind dann die Übermittlungsvoraussetzungen andererseits, das ist der Kern der Entscheidung und da will ich jetzt im Detail nochmal drauf eingehen. Also erstmal, was die Voraussetzung für die Überwachung selbst betrifft, da sagt das Bundesverfassungsgericht, wie streng die Verhältnismäßigkeitsanforderungen sind an heimliche Überwachungsmaßnahmen im Einzelnen, bestimmt sich nach dem jeweiligen Eingriffsgewicht. Und dann sagt es, Maßnahmen, die zu einer weitestgehenden Erfassung der Persönlichkeit führen können, unterliegen denselben Verhältnismäßigkeitsanforderungen wie polizeiliche Überwachungsmaßnahmen. Also sehr eingriffsintensive Maßnahmen, da ist dann sozusagen, unterscheidet sich das gar nicht, ob jetzt der Verfassungsschutz das macht oder die Polizeibehörde, sondern da gelten dann die gleichen Anforderungen und da hat das Bundesverfassungsgericht auf dieser Grundlage gesagt, bei der Online-Durchsuchung und bei der Wohnraumüberwachung, die halt mit die schwersten Eingriffe in Grundrechte sind, die unsere Rechtsordnung kennt oder zumindest die schwerwiegendsten Überwachungsgrundrechtseingriffe, da gleichen sich sozusagen diese Anforderungen an. Das heißt, auch der Verfassungsschutz braucht da eine konkrete Gefahr für ein überragend wichtiges Rechtsgut und die Maßnahme muss auch auf die Abwehr dieser Gefahr auch gerichtet sein und das war im Bayerischen Verfassungsschutzgesetz nicht der Fall. Das Bundesverfassungsgericht hat sogar noch darüber hinaus gesagt, die Verfassungsschutzämter dürfen diese Maßnahmen auch immer nur subsidiär anwenden. Das heißt, nur wenn die Polizei, die ja zu den gleichen Zwecken auch tätig werden darf, nicht rechtzeitig diese Maßnahmen einsetzen kann, sind jetzt eigentlich kaum noch Situationen, also in meinen Augen sind kaum Situationen vorstellbar, wo die Polizei nicht rechtzeitig tätig werden kann, sodass in meinen Augen diese Befugnisse zu Online-Durchsuchungen und zur Wohnraumüberwachung durch den Verfassungsschutz weitgehend leer laufen sollten. Das Bundesverfassungsgericht hat noch mal so ein paar andere Sachen noch gerügt oder beanstandet an diesen gesetzlichen Regelungen, unter anderem gibt es keinen hinreichenden Kernbereichsschutz, also sehr hochpersönliche Gespräche beispielsweise dürfen, da braucht es halt bestimmte Schutzvorkehrungen, dass die halt nicht überwacht werden. Genau, haltet es sich jetzt nicht um diese sehr eingriffsintensiven, also sehr eingriffsintensiven Maßnahmen, sondern ein bisschen weniger schwerwiegenden Überwachungsmaßnahmen, dann gelten andere Anforderungen. Das ist dann der nächste Punkt in diesem Leitsatz. Also ansonsten muss die Überwachungsbefugnisse einer Verfassungsschutzbehörde nicht an das Vorliegen einer Gefahr im polizeilichen Sinne geknüpft werden. Vorauszusetzen ist dann aber ein hinreichender verfassungsspezifischer Aufklärungsbedarf. Dieser ist nur gegeben, wenn die Überwachungsmaßnahme zur Aufklärung einer bestimmten nachrichtendienstlich beobachtungsbedürftigen Bestrebung im Einzelfall geboten ist und hinreichende tatsächlich Anhaltspunkte für die Beobachtungsbedürftigkeit vorliegen. Diese muss umso dringender sein, je höher das Eingriffsgewicht der Überwachungsmaßnahme ist. Und solche dann doch sozusagen nicht ganz so intensiven Maßnahmen, aber immer noch relativ eingriffsintensiven Maßnahmen, wo jetzt nicht einfach bloße tatsächliche Anhaltspunkte für eine Bestrebung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung ausreichen sollten. Das sind dann halt diese Maßnahmen, also die Befugnis zur Endi-Ortung, weil sie halt eben auch das Erstellen von Bewegungsprofilen ermöglicht wurde, beanstandet, weil sie zu weitgehend war, weil es keine hinreichende Eingriffsschwelle gab. Die Befugnis zum Einsatz von verdeckten Ermittlerinnen und von V-Leuten wurde beanstandet. Da ist ganz interessant, dass die Bayerische Staatsregierung in der Verhandlung oder auch schon vorher in den Schriftsätzen die Ansicht vertreten hat, das sei ja gar kein Grundrechtseingriff, wenn jetzt irgendwie verdeckte Ermittlerinnen oder Ermittler in irgendwelche Gruppen eingesteuzt werden. Man könnte eh nicht darauf vertrauen, dass die Leute, mit denen man sich dann unterhält, dass das dann keine Spitzel seien. Also dem hat das Bundesverfassungsgericht eine recht deutliche Absage erteilt und hat sogar gesagt, dass es ein sehr, schon trotzdem noch ein gewichtiger Grundrechtseingriff ist und dass man da dann halt eine erhöhte Aufklärungsbedürftigkeit braucht. Und das Gleiche gilt auch für Observationen, genau, also Observationen außerhalb der Wohnungen. Jeweils wurde beanstandet, dass es halt keine hinreichende Eingriffsschwelle gibt. Teilweise wurde dann auch noch kritisiert, dass es keine Regelung dazu gibt, wer dann überwacht werden darf. Also bei Personen, von denen selbst nicht eine solche Bestrebung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung ausgeht, da müssten dann eigentlich dann nochmal höhere Anforderungen gelten, beziehungsweise da dürfte das dann gar nicht zulässig sein. Und schließlich haben Sie auch noch kritisiert, dass das Gesetz keine unabhängige Vorabkontrolle durch ein Gericht oder durch ein gerichtsähnliches Gremium zumindest vorsieht, um so eine gewisse rechtsstaatliche Kontrolle zu garantieren. Also das muss jetzt alles nachgebessert werden. Die Vorratsdatenspeicherung, die hatte ich, ist jetzt hier nicht aufgewendet, da war der Fall ein bisschen anders. Da hat sich das Gericht das sehr leicht gemacht. Da ist es nämlich so, dass die Vorratsdatenspeicherung selbst ja im Bundesrecht geregelt ist, im Telekommunikationsgesetz und da ist schon keine Übermittlung an Verfassungsschutzämter vorgesehen. Und das hieß also, die Norm im Landesverfassungsschutzgesetz, die lief ohnehin leer, weil man kann zwar die Auskunft erstmal verlangen, aber es gibt keine Übermittlungspflicht der Telekommunikationsanbieter. Aber sie haben dann trotzdem gesagt, das ist dann verfassungswidrig, weil es gegen die Normklarheit verstößt, weil es halt ein Widerspruch ist zwischen Landesrecht und Bundesrecht letztendlich. Der letzte Punkt sind dann die Übermittlungsbefugnisse und da hat das Bundesverfassungsgericht dann auch nochmal sehr grundsätzlich Aussagen getroffen. Die Übermittlung personenbezogener Daten und Informationen durch eine Verfassungsschutzbehörde an eine andere Stelle begründet einen erneuten Grundrechtseingriff, dessen Rechtfertigung ist jedenfalls, wenn die Daten mit nachrichtendienstlichen Mitteln erhoben wurden, also wie den gerade genannten Mitteln, nach dem Kriterium der hypothetischen Neuerhebung zu beurteilen. Danach kommt es darauf an, ob der empfangenden Behörde zu dem jeweiligen Übermittlungszweck eine eigene Datenerhebung und Informationsgewinnung mit vergleichbar schwerwiegenden Mitteln wie der vorangegangenen Überwachung durch die Verfassungsschutzbehörde erlaubt werden dürfte. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also angenommen, Verfassungsschutz hat jemanden observiert, dann darf er diese Informationen, die sozusagen daraus gewonnen werden, nur dann an die Polizei weitergeben, wenn die Polizei nach den Maßstäben des Bundesverfassungsgerichts auch die Befugnis haben dürfte, Observationen durchzuführen. Und das sind dann regelmäßig bei solchen schwerwiegenden Grundrechtseingriffen dann doch recht hohe Hürden. Das heißt, teilweise darf der Verfassungsschutz dann sogar diese Maßnahmen einsetzen, aber nicht an die anderen Behörden, wie zum Beispiel die Polizeibehörden, weitergeben. Genau, und dann haben Sie auch noch mal andere öffentliche und private, also bei den Strafverfolgungsbehörden ist es ähnlich. Da ist es dann abhängig von dem Strafmaß oder von der Schwere, der Straftat, wegen der ermittelt wird. Und bei anderen öffentlichen und privaten Stellen, da kommt es dann auch immer darauf an, welche Rechtsgüter sind geschützt, sind die hinreichend gewichtig, um diese Übermittlung an diese anderen öffentlichen oder privaten Stellen zu rechtfertigen. Und bei der Übermittlung ins Ausland muss es dann noch zusätzlich eine sogenannte Vergewisserung darüber geben, dass die Stellen im Ausland auch anhand von menschenrechtlichen Maßstäben mit diesen Daten umgehen. Vielleicht das Fazit, es handelt sich um eine Leitentscheidung zum Verfassungsschutzgesetz, betrifft erstmal nur Bayern, aber es hat, das kann man jetzt schon sagen, Auswirkungen auf wahrscheinlich alle Verfassungsschutzgesetze, also auch auf das Verfassungsschutzgesetz des Bundes und der Länder, eigentlich müssen jetzt alle Gesetzgeber tätig werden und ihre Verfassungsschutzgesetze überarbeiten. Unklar ist, inwiefern sich jetzt durch dieses Gesetz unmittelbar die Praxis ändern wird. Denn es ist leider immer noch so, dass der Geheimdienst überwiegend im Verborgenen arbeitet und es da ein erhebliches Kontrolldefizit gibt. Das Bundesverfassungsgericht hat sich auch leider nicht in dieser Entscheidung zu Kontrollrechten, also wie zum Beispiel dem Auskunftsrecht der Betroffenen geäußert, hat sich auch nicht oder zumindest nicht eingehend zu den parlamentarischen Kontrollrechten geäußert. Und daher bleibt es leider dabei, dass der Verfassungsschutz ja letztendlich ein Fremdkörper in der Demokratie ist, der ja nicht umfangreich demokratisch kontrolliert werden kann. Und wenn man sich die Geschichte des Bundesamtes zum Beispiel für Verfassungsschutz anguckt, dann muss man ja schon konstatieren, dass er zumindest in der Vergangenheit der Verfassung mehr geschadet hat, als dass er sie geschützt hat, sodass sich auch die eigentlich, also rechtspolitisch zumindest, die Frage stellt, ob wir den Inlandsgeheimdienst überhaupt brauchen oder ob der Inlandsgeheimdienst sicher auch abgeschafft werden sollte. Genau, als GFF werden wir erstmal mit rechtlichen Mitteln weiter dafür streiten, dass er rechtsstaatlich eingehegt wird, dass die Befugnisse weitestgehend auf ein grundrechtskonformes Maß zurückgestutzt werden. Wir sitzen gerade daran oder bereiten jetzt eine Verfassungsbefährte gegen den Staatstrojaner für die verschiedenen Geheimdienste vor und werden auch weiter daran arbeiten, genau, den Verfassungsschutz in die Grenzen der Verfassung zu verweisen. Also Fazit, das Bundesverfassungsgericht mag die Verfassung vor dem Verfassungsschutz schützen, aber vor allem braucht es halt eine kritische und aufmerksame Zivilgesellschaft, die einerseits solche Klagen hier vor das Bundesverfassungsgericht bringt, aber auch sonst Kritik an den Diensten übt und ihnen genau auf die Finger schaut. Soviel zum Fazit und wer uns unterstützen kann, kann gerne Spenden- oder Fördermitglied werden. Dann könnt ihr gerne mal auf unserer Seite vorbeischauen und jetzt freue ich mich über Fragen und Wortmeldungen. Gibt es denn Fragen und Wortmeldungen? Ich habe eine Frage, auch? Ah, okay, dann gebe ich dir das Mikro. Hi, meine Frage ist, wie lange dauert sowas und wird euch da vielleicht durch diverse Sachen, werden euch da Steine in den Weg gelegt, um da die Schnelligkeit zu verringern? Oder ist das, naja, man geht mal hin und dann wird das irgendwie umgesetzt? Also was ist quasi der zeitliche Horizont und die Hürden, die einem da entgegenkommen? Ja, gute Frage. Wie man an dem Verfahren sieht, dauert es oft sehr lange. Also das Gesetz wurde 2016 erlassen, gab dann nochmal ein paar Änderungen zwischendurch. Also das Verfahren, wir haben dann irgendwie relativ bald Verfassungsbeschwerde eingelegt. Es gibt dann immer eine Jahresfrist, in der man die Verfassungsbeschwerde einlegen muss. Während des laufenden Verfahrens gab es dann verschiedene Änderungen. Dann mussten wir die Verfassungsbeschwerde wieder anpassen. Es ging dann wieder hin und her und so hat es dann tatsächlich dann mehrere Jahre gedauert, vier, fünf Jahre gedauert, bis wir erst die Entscheidung hatten. Und während dieser vier, fünf Jahre war dann erstmal dieses im Endeffekt verfassungswidrige Gesetz in Kraft. Und jetzt hat das Bundesverfassungsgericht auch nicht, also die haben ja gesagt, das ist verfassungswidrig, aber haben dann dem Gesetzgeber auch erstmal aufgegeben, ihr könnt das überarbeiten. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt erstmal nichtig ist, sondern überwiegend zumindest weiterhin erstmal vorübergehend in Kraft. Und der Gesetzgeber muss nachbessern, haben da eine Frist gesetzt, bis nächstes Jahr irgendwann. Aber es dauert alles sehr lange und das ist natürlich sehr bedauerlich. Beim Gericht ist es natürlich so, das Bundesverfassungsgericht ist irgendwie überlastet, haben nicht genug Kapazitäten, um irgendwie die sehr hohen Eingangszahlen zu bewältigen. Deswegen habe ich da ein gewisses Verständnis, dass es manchmal ein bisschen länger dauert, aber so lange, das ist schon bedauerlich, muss man schon so sagen. Ich habe eine knackige begriffliche Frage und zwar, was ist denn der Unterschied zwischen V-Leuten und verdeckten Ermittlern? Ja, ich habe es ja gerade schon versucht zu erklären. Also verdeckte Ermittlerinnen sind in der Regel dann Beamte des Verfassungsschutzes oder der Polizei, die sich eine Legende letztendlich schaffen und mit dieser Legende dann in bestimmte Zirkel reingehen. Also es ist sehr aufwendig letztendlich erstmal jemanden zu instruieren und diese Legende zu schaffen und die Person dann zu entsenden. Ist natürlich auch mit einem gewissen Risiko für die Person verbunden, zumindest in bestimmten Kreisen. Deswegen ist das, würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich eher seltener der Fall. Häufiger sind es wahrscheinlich V-Leute. Das sind Personen halt, die in einer bestimmten Szene bereit sind, sei es jetzt irgendwie in einer islamistischen Szene oder auch teilweise bei der Polizei auch irgendwie in einer Drogenszene sind. Und die kriegen dann Geld von der Polizei dafür, dass sie halt sporadisch oder regelmäßig Informationen liefern. Ah, okay. Alright. Ja, top. Hier vorne noch eine Frage. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte das Bayerische Verfassungsschutzgesetz ja nur bestehende Praxis mehr oder weniger legalisieren. Außerdem habe ich mir den Kommentar von dem Herrmann irgendwie genau angeguckt und der sieht da eher so eine Art handwerklichen Fehler, also Formulierungsprobleme. Wie wird es denn weitergehen? Was schätzt du ein? Ja, also teilweise sind es tatsächlich handwerkliche Fehler, aber teilweise ist das Gesetz auch einfach zu weit und die Befugnisse sind zu weit. Der Herr, also der Innenminister stellt sich auf den Standpunkt, ja wir haben eh immer den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gewahrt und die Befugnisse waren zwar sehr weit, aber wir haben das immer nur mit Augenmaß eingesetzt und wirklich nur die schlimmsten Terroristen überwacht. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen, ob das tatsächlich der Fall ist. Wie geht es weiter? Also das Gesetz muss angepasst werden jetzt bis nächstes Jahr. In den anderen Ländern und im Bund muss es auch angepasst werden. Da gibt es jetzt keine Frist, aber wir hoffen zumindest und wir gehen davon aus, dass es angepasst wird. In den meisten Ländern zumindest. Genau, und die Befugnisse werden dadurch dann schon enger gefasst. Ja, ob die Behörden oder ob die Ämter sich dann an diese enger gefassten Befugnisse halten werden, das weiß man oft nicht, weil man halt, wie gesagt, es gibt halt kaum Transparenz. Die Vorabkontrolle, die richterliche Vorabkontrolle, die jetzt das Bundesverfassungsgericht bei einigen Maßnahmen zumindest fordert oder richterlich oder zumindest durch ein unabhängiges Gremium, das ist mit Sicherheit ein gewisser Schutz. Dass die Dienste nicht mehr selbst darüber entscheiden können, wann sie zum Beispiel verdeckte Ermittler in bestimmte Kreise schicken, sondern dass da halt ein unabhängiges Gremium drüber gucken muss. Also das denke ich schon, dass das auch in der Praxis deutliche Auswirkungen haben wird. Okay, wenn niemand eine weitere Frage auf dem Herzen hat, dann geht es hier jetzt auch weiter. Vielen lieben Dank dir. Vielen Dank. Vielen Dank.